Grüß euch Leute, ich möchte heute mal ganz kurz mit euch über das Thema Corona sprechen. Ich selber habe Langzeitimpfschäden von der 2. Juli. Das heißt, ich spüre meine Körpertemperatur nicht mehr und muss zweimal am Tag Fieber messen, um festzustellen, ob ich in Arbeit gehen darf. Einmal in der Früh, eben wegen der Temperatur und auf die Nacht vom Schlafen gehen, um auf Nimmer sicher zu gehen. Zum Thema Impfen. Ich verstehe beide Seiten, die Nichtgeimpften und die Geimpften. Ich verstehe, dass die Nichtgeimpften jetzt auf die Barrikaden gehen, eh schon seit längerer Zeit, und sagen, es reicht. Ich bin ebenfalls der Ansicht, jetzt reicht es. Denn wir haben im Jänner den nächsten Lockdown für alle. Und auch das wiederum treibt die Spaltung von Österreich leider voran. In Deutschland wird es wahrscheinlich ähnlich wie bei uns. Aber es bringt zwar was, dass man sich immer wieder eine Auffrischungsimpfung hält. Und das werden wir dann ein Leben langer machen müssen. Mein Verständnis für die Nichtgeimpften hängt damit zusammen, weil sie Angst haben. Und vor Angst protestieren. Wenn ihr ein Kind hättet, und da heisst es, mit 8 Jahren sollte es impfen gehen, dann sagt er die knallhart, nein. Wir wissen noch zu wenig. Und jetzt kommt dann noch die Totimpfung. Yippie ey ey, die bringt ja rein gar nichts. Denn ein toter Impfstoff bringt wirklich überhaupt nichts. Wenn man das Ganze über Tablettenform einnimmt, naja, das wird eine Megadosis von dann sage ich einmal 50 bis 100 Milligramm, wenn nicht sogar 500 Milligramm. Und dann kommt man sich wahrscheinlich so vor wie ein Besoffener, der 2,2 Promille hat. Übertrieben. Die Geimpften dürfen jetzt wieder an dem normalen Leben unter Anführungszeichen mit Einschränkungen, ich sehe ganz klar, der Fetzen vom Gesicht. Teilnehmen. Teilnehmen. Die Nichtgeimpften, die nicht. Spaltung perfekt. Und meiner Ansicht nach bringt das nichts. Ich verstehe, dass die Nichtgeimpften auch demonstrieren wollen, dass die ihre Meinung äußern, weil es nicht mehr anders geht. Es geht ja nicht mehr anders. Es geht nicht mehr. Sie wissen sich nicht mehr zum helfen. Nichtgeimpfte sind Bürger zweiter Klasse. Und das klingt jetzt hart, aber es ist so. Aus Geimpften dürfen wir alles machen. Soweit halt der Rahmen ist. Und ich bin dennoch der Ansicht, dass sich Corona so entwickeln wird, wie in Florenza. Und das sage ich jetzt genau hart. Weil, ja, ich habe damals schon einmal mit zu ein paar Kollegen gesagt, dass wir das Gesundheitssystem aufrüsten. Ich habe im Juli schon zu den Kollegen gesagt, wir werden einen weiteren Lockdown gehen. Und in der Zwischenzeit wurde nichts gemacht. Die Intensivbetten wurden nicht aufgestockt. Die Leute, die jetzt eine Notoperation haben, die kommen dran. Aber ein Mensch mit einem Blinddarm oder gar eine Frau mit Rotlauf, die nicht. Die wird heimgeschickt. Und das ist eine Sache, die mich innerlich extrem wütend macht. Krankenhäuser sind nicht nur für Corona-Patienten da, sondern sollten auch für normale Patienten da sein, die nicht nur psychisch krank sind, sondern auch eine normale Untersuchung brauchen. RSBell haben oder was weiß ich was haben. Denn mir kommt ein Krankenhaus jetzt schon so vor, als ob das nur mehr viel Corona da ist. Und das kann es nicht sein. In Zukunft ist es wahrscheinlich auch so sein, dass manche Leute eine Blutvergiftung kriegen wegen diesem Rotlauf. Oder was weiß ich was. Oder dass ein Mensch gibt einen Leistenbruch. Weil Leistenbruch ist ja keine Notoperation. Oder dass man heimgeschickt wird, wenn man greiftet im ersten Stadion. Jippie. Entschuldigung, dass ich mich da nicht so aufrege, aber das ist meine Meinung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, nachdem ihr euch das wieder anschaut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt's cool und gesund. Euer Maik.